Moin Leute, ich bin endlich aus dem Urlaub zu Hause. Der Prime-Pokal ist in vollem Gang. Von dem her gibt es ein kurzes Update-Video von mir. Zuerst gibt es einen kurzen Allgemein-Teil über den Pokal und dann einen NNO-spezifischen Teil, warum wir mit diesem Roster jetzt gespielt haben, warum manche Entscheidungen so gefallen sind, wie sie jetzt eben gefallen sind. Und ja, wir fangen direkt an. Gruppe A hat sich der Favorit durchgesetzt mit Maus. Im Lower-Bracket-Finale ist jetzt Epic Dudes gegen WeSports. In der Gruppe gab es eigentlich nicht wirklich Absets. Jetzt hätte, denke ich, jeder so erwartet. Gruppe B waren zwei First-Safe-Teams mit GamerLegion und der SGE. GamerLegion hat sich da durchgesetzt. SGE gegen die Weißen jetzt im Lower-Bracket-Finale ist, denke ich, auch kein wirkliches Upset. Ich denke, GamerLegion und Frankfurt sind auf einem ähnlichen Niveau. Gruppe C, das erste Upset. Die DKB Diamonds haben sich gegen EWI einfach durchgesetzt. Hätte ich im Voraus nicht erwartet. EWI hatte natürlich in ihrem Match, musste mit ihrem Coach spielen, weil der Support krankheitsbedingt nicht spielen konnte. Nichtsdestotrotz starke Leistung von den DKB Diamonds sich durchzusetzen. EWI gegen Wien ein jetzt im Lower-Bracket-Finale. Und ja, da bin ich gespannt, was Sola und die Jungs leisten können. Gruppe D hat sich Spandau souverän durchgesetzt. Die haben gar nichts anbrennen lassen. Die wollen unbedingt den Pokal. Einfach, dass sie daraus saufen können. Haben sie ja auch groß angekündigt. Aber naja, das wollten sie letztes Jahr auch. Und dann hat leider das andere Berliner Team gewonnen. Von dem her, wir werden sehen, ob sie es diesmal schaffen. Gruppe E ist, denke ich, ein Riesen-Upset passiert. All-For-One Gaming hat sich als Underdog einfach durchgesetzt. Zweimal als Underdog, muss man sagen, weil sie sind gerade erst in Division 2 aufgestiegen. Haben sich gegen Hannover, die sich in 2 gut geschlagen haben, mit 2-0 durchgesetzt. Und dann auch noch gegen Schalke, den Erstligisten, auch mit 2-0 durchgesetzt. Also Props an dieser Stelle an All-For-One Gaming. Die haben wirklich krass aufgespielt und sich souverän ohne Niederlage durchgespielt. In Gruppe F lief eigentlich alles wie erwartet. Big souverän mit 4-0 durchgekommen. Tog gegen Eko jetzt. Zwei Secondive-Teams im Lower-Bracket-Finale. Das wird, denke ich, auch spannend. In Gruppe G ist eigentlich auch alles wie erwartet gelaufen. SK war dieses Jahr das stärkste Team in Deutschland. Sollte die Gruppe auf jeden Fall gewinnen. Und Kaufland und wir im Lower-Bracket-Finale jetzt. Da hoffe ich natürlich, dass wir am Montag den Wind holen können, um uns durchzusetzen. Um uns von der Niederlage in der ersten Runde revanchieren zu können. Dieses Mal werden wir mit anderem Roster spielen. Von dem hoffe ich auf einen besseren Ausgang. Und in Gruppe H gab es auch einen Upset. Unicorns hat es nicht geschafft. Roar hat sich qualifiziert als Zweitligist. Und jetzt sind Unicorns gegen die Bomber-Beutlins im Lower-Bracket-Finale. Das wird, glaube ich, auch ein sehr, sehr cooles Game. Weil die Bomber-Beutlins sind ein sehr, sehr interessantes Team. Haben ordentlich viele Collectors und Matches geballt. Das war auf jeden Fall witzig anzusehen. Das heißt, am Montag gibt es auf jeden Fall einige coole Games zum Angucken. Schaltet auf jeden Fall wieder rein. Was auf jeden Fall auffällt, von den acht Gruppen sind bisher nur fünf Erstligisten qualifiziert. Von dem her gab es durchaus schon gute Upsets. Was natürlich die Tradition des Pokals ist. Aber ich denke, am Montag werden noch einige Erstligisten nachziehen. Jetzt fragt man sich natürlich, warum gibt es im Pokal immer Upsets. Hat natürlich mehrere Gründe. Zum einen ist Div 2 jetzt nicht so schlecht, dass sie nicht gegen Div 1 gewinnen könnte. Aber vor allem wird der Cup einfach nicht so ernst genommen wie ein normaler Split von den meisten Teams. Weil es halt einfach um nicht so viel geht. Man kann sich nicht für EU-Masters qualifizieren. Man kann sich nicht irgendwie für ein Standing für nächstes Jahr qualifizieren. Der Cup ist einfach nur dazu da, einen Titel gewinnen zu können. Ein bisschen Preisgeld gewinnen zu können und sich als Spieler gegen die Besten der Region zeigen zu können. Was natürlich sehr motivierend für viele unterklassige Spieler ist, dass sie sich eben zeigen können für nächstes Jahr. Okay, wir können auch gegen First-Diff-Teams mithalten und die natürlich auch alle auf First-Diff-Offers hoffen. Von dem her ist gerade als Second-Diff-Team der Pokal eigentlich sehr, sehr geil und eine sehr geile Opportunity, sich guten Teams zu zeigen. Für die First-Diff-Teams ist das natürlich nicht so interessant. Vor allem jetzt für Teams, die eine sehr, sehr lange Season hatten mit EU-Masters oder Relegation, wird diese Phase häufig ein bisschen zur Regeneration benutzt. Bevor es dann mit den Tryouts und für die Preparation für nächstes Jahr wieder angeht, weil das ist ja auch schon bald. Also im November unterschreibt man ja normal bei einem neuen Team und muss da vorher Tryouts spielen und gut in Shape sein. Das kann man natürlich argumentieren. Ja, aber was ist mit dem Preisgeld? Aus eigener Erfahrung, ich habe den Cup letztes Jahr gewonnen, kann ich sagen, vom Preisgeld her ist es jetzt nicht so worth. Ich habe mal kurz eine Rechnung beigefügt. Letztes Jahr gab es 4000 Euro Preisgeld für das komplette Team und am Ende blieben mir persönlich davon 338 Euro übrig. Dafür halt einen Monat zu Tryharden. Ist ein netter Nebeneffekt, aber ist jetzt nicht der Hauptausschlagpunkt, warum man den Cup gewinnen muss. Sondern ja, der Titel, weil den Titel kann ja niemand mehr nehmen und natürlich ein geiler Pokal, aus dem man saufen kann. Das sind eigentlich die wahren Motivationsgründe für den Pokal. Kommen wir jetzt zum NNO-spezifischen Teil. Die erste Frage, warum haben wir nicht mit Agorin gespielt, wo es in der Relegation so gut lief. Agorin hat sich einfach entschieden, dass er den Cup nicht mit uns spielen will, weil er ansonsten noch weiter die ganzen Streamer-Einschränkungen haben möchte. Und dadurch einen Haufen finanzielle Nachteile hätte. Und der Cup war es für ihn einfach nicht worth, das in Kauf zu nehmen. Deswegen standen wir dann quasi ohne Jungler da. Da wir halt davor durch die Relegation quasi all-in gegangen sind mit den Roster-Moves. Xavier rausgenommen haben, Agorin rein, Lahmernbeer swappt Rolle. Es hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben kein Spiel gedroppt. Wir haben echt gut gespielt. Aber jetzt dann wieder Xavier reinzuholen, wäre sehr, sehr komisch gewesen. Und einen neuen Spieler zu verpflichten, war auch nicht so einfach, weil die Relegation ging bis 21.09. Und am 22.09. war Roster-Lock für den Cup. Von dem her hat man jetzt nicht so lange Zeit gehabt, neue Spieler zu holen. Und ich wollte dann Spielerinnen aus unserem NNO-Wo-Team hochziehen. Und einfach so einen Mix aus NNO-Prime und NNO-Wo-Team spielen lassen. Aber aus bürokratischer Sicht gab es da auch ein paar Schwierigkeiten, das so umzusetzen. Und ja, dann haben wir uns einfach entschieden, okay, wenn das nicht funktioniert, dann nehmen wir einfach die Option mit dem geringsten Widerstand. Einer der Coaches spielt. Wir sind sowieso als Spieler gelistet als Substitute. Von dem her mussten wir ja da jetzt keine neuen Verträge oder irgendwelche anderen Sachen aufsetzen. Sondern Panda und ich sind einfach spielberechtigt. Es war jetzt geplant, dass ich jungle und Lama bei Support spielt. Da der Cup jetzt allerdings schon zu früh gestartet hat, was wir noch nicht so lange wussten, war mein Urlaub schon gebucht. Und ich war für die ersten beiden Matches nicht dabei. Von dem her hat dann Panda einfach Support gespielt und Lama hat gejungelt. Und jetzt gucken wir halt mal einfach, wie es am Montag weitergeht. Ob ich jetzt Support spiele, ob ich jetzt Jungle spiele, das sehen wir dann. Wir sind da Gott sei Dank ja relativ flexibel. Ich habe noch nie im Competitive gejungelt, aber es gibt immer ein erstes Mal. Wir haben auch jetzt relativ spät erfahren, dass wir den Cup überhaupt spielen. Weil zuerst auch NNO Old den Cup spielen wollte. Und es nur ein Team pro Organisation den Cup spielen darf. Aber dadurch, dass sie jetzt nach Korea fahren, haben sie gesagt, nö, wir sollen den Cup spielen. Aber ja, wir hatten halt dann auch Urlaube gebucht. Und wie gesagt, Notiko kam drei Stunden vor dem ersten Match aus dem Urlaub zurück. Flame und Marty haben nach der Relegation einfach zehn Tage Pause gemacht. Lama hat jetzt auf seiner anderen Rolle gespielt. Ich war im Urlaub. Und Panda spielt eigentlich seit zwei Jahren kein Lied mehr, sondern ist halt Coach, aber er enjoyt jetzt Solo-Q gar nicht mehr. Er hat sich echt gut gemacht in den Games, aber es ist kein Roster, womit man den Cup gewinnt. Also das habe ich auch im letzten Video schon gesagt. Wir freuen uns, wenn wir aus der Gruppe kommen. Vielleicht kommen wir noch Top 8, aber spätestens in Top 8 face zu sehr gute Teams aus Div 1. Und realistisch gesehen ist da Ende. Und ich hoffe wirklich, dass ihr das nachvollziehen könnt, dass wir trotzdem alles geben in den Matches, die wir spielen, aber dass wir gerade nicht die Möglichkeiten haben, ein Top Div 1 Team zu challengen. Deswegen hat es auch sehr, sehr weh getan im ersten Kaufland-Match, wie viele Leute uns wirklich hardcore geflamed haben. Es sind nur ein paar wenige im Twitch-Chat. Das fällt halt auf, weil die Leute, die negativ sind, die bleiben einem immer deutlicher in der Erinnerung als die Leute, die positiv sind. Aber es war wirklich, ich habe es danach auch getweetet, ein Armutszeugnis, dass wir für diese Umstände, für die wir teilweise nicht mal was konnten, richtig krass auf persönlicher Ebene geflamed wurden. Aber auch Props an ungefähr 95% der NNO-Fans, die immer hinter uns stehen. Egal, ob wir dieses Jahr komplett reingesackt haben oder nicht, die einfach das Projekt feiern. Ich bin wirklich froh, dass wir das Projekt einfach mit dem Klassenerhalt retten konnten und dann hoffentlich nächstes Jahr bessere Erfolge einfahren können. Ob das jetzt mit uns oder ohne uns als Roster ist, weiß momentan noch niemand. Es wird Mitte Oktober Gespräche geben, wie es weitergeht mit dem ganzen NNO-Projekt. Bis dahin konzentrieren wir uns einfach auf den Cup und schauen, dass wir so weit kommen wie möglich. Und dann werde ich ein Update-Video geben über meine Zukunft und die des Teams, sobald alles in trockenen Tüchern ist. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns am Montag im Chat. Macht's gut. Ciao.